Interessant ist auch die Tatsache, dass auch Ängste und Depressionen oftmals zustande kommen, weil die Darmflora gestört wurde, denn die Darmbakterien sind unter anderem auch zuständig für die Herstellung von gewissen Enzymen und Hormonen, so zum Beispiel das Hormon Serotonin, welches zuständig ist für ein Wohlbefinden, für ein Glücksgefühl und bei Depressionen besteht ja oftmals ein Mangel an Serotonin, also wenn man sich zum Beispiel die Struktur von Antidepressiv anschaut, ist das meist ein nachgebautes Serotonin-Molekül. Und da Bakterien eben nicht isoliert betrachtet werden können, sondern in Zusammenarbeit miteinander interagieren und kommunizieren, kann ich dann davon ausgehen, dass je vielfältiger diese Bakterienstämme sind, also je mehr Bakterienstämme ich im Boden habe, desto gesünder ist auch dieser Boden. Und genau das Gleiche ist in unserem Darm. Das heisst, was wir heutzutage in der Forschung machen, im Labor, ist, wir züchten einen Bakterienstamm, das heisst, wir nehmen einen Bakterienstamm und züchten diesen und beobachten, was mit diesem geschieht, wie sich dieser verhält. Das sind aber naturfremde Bedingungen, denn in der Natur ist eine Bakterie oder ein Bakterienstamm nie isoliert von den anderen. Man weiss heutzutage dank der Forschung sogar, dass Bakterien miteinander kommunizieren, sowohl über Elektronenaustausch, wie auch über Botenstoffe und wie ich bereits erwähnt habe, können sie sogar Gene austauschen. Das heisst, ich kann von einem Bakterienstamm nicht davon ausgehen in der Natur, dass er immer dieser Bakterienstamm bleibt, der kann sogar mutieren in ein anderes Bakterium. Untertitelung des ZDF für funk, 2017